Jo Leute, willkommen wieder zurück. Ich habe gerade aus Versehen auf meinen Stoppen gedrückt. Nicht aus Versehen, aber ich hoffe, es hat mal Tschüss zu sagen. Und jetzt werden wir ein bisschen fein. Ich glaube, es wäre angebracht. Jetzt. Ich lege das mal da rein. Was brauche ich denn? Oh, ich fände gerade was auf, was ich gerade brauche, was ich noch nicht gekauft habe. Äh, Holzhackel. Okay, dann ein Schild noch. Oh, ich finde gerade das ist ein Unterteil. Okay, es regnet schon wieder. Ja, super. So, ja, ich habe eine Hacke. Und hier haben wir es auch mal. So, hier machen wir unseren kleinen Garten. So, hier haben wir unseren kleinen Garten noch mal den Flächen. Oh, es regnet ja. Okay, jetzt kommt der schwierige Teil. Okay, jetzt kommt der Flächen. Ich hab den Mee in der Bide in der Abdeckseite. Ich hab das Kornos noch. Okay, okay, okay. Jetzt sieht's auch schön aus. Okay, da hätte man vielleicht auch noch den gleichen... Ah, ich hab ja noch einen. Okay, okay. Okay, okay. 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 Und hier will ich Wasser rein machen. Wie finde ich hier eine gute Stimme? Deini ihren hohen Der Name ist Ich bin leid Und ich Ich sollte discheid auch noch In der Mischung Sonst tror ich Ich habe die die Quelle Si Okay, okay, crazy, crazy hoover over there. Hey, let's go. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.